Hallo. Hi. Na, du Schwestarbeiter, wie war dein Tag? Hör auf, du. Wir laden gerade Zucker. 8000 Sack. Oh. Ja, wenigstens keine Frühschicht mehr. Wann ist eigentlich dein Termin morgen? Halb neun. Halb neun? Können wir vielleicht noch zusammen frühstücken? Mhm, können wir machen. Ich kann dich auch mitnehmen, wenn du willst. Das wär lieb. Wir müssen auch endlich mal den Käfer reparieren. Ja, ich mach das irgendwann mit Nils. Rutsch mal. Ich drück dir die Daumen morgen. Danke. Isst was? Es scheint ja ein amüsanter Abend gewesen zu sein. Nämlich mal einen Abend. Hey, was ist denn los? Wir waren doch gerade in dieser Disco. Und als wir rausgekommen sind, stand der Mann von der Hanna vor der Tür. Zuerst hat er sie tierisch beschimpft und dann hat er ihr voll ins Gesicht geschlagen. Was? Ach du Scheiße. Hast du vorher schon mal was gemerkt? Ich mein, in der Firma oder so hat sie blaue Flecken gehabt oder so? Mhm. Aber sie ist ziemlich oft krank. Mann, ey. Naja, er weiß, was bei den beiden abgeht. Ich glaube. Hey, komm. Jetzt stundenlang darüber nach zu grülen, das bringt auch nichts. Versuch mal zu schlafen. Sind nur noch fünf Stunden. Ach, du musst ja auch früh aufstehen. Tut mir leid. Da fällt mir noch ein. Ich hab ja noch was für dich. Mhm. Ja, mein Bootsfahrer. Hey, wow. Da ist ja scharf aus. Der soll dir Glück bringen. Danke, ich kann's gebrauchen. Danke. Mach's gut. Ja doch. Felix, jetzt komm doch mal endlich. Hey, ich muss zur Arbeit. Felix! Ja? Mann, ich bin jetzt schon zu spät dran. Sorry, ich muss noch mal kurz zu Martin Bredersen. Herr Bredersen? Herr Bredersen, ich wollte Ihnen Ihr Strommeld geben. Ja, her damit. Moin, hier. Moin, danke. Na, wo soll's denn hingehen so früh? Na ja, Bewerbungsgespräch in der Bootswerft. Ach, das ist heute. Dann grüß mit den alten Hagen. Oder nee, noch besser. Vielleicht sollte ich da anrufen. Dann hast du bessere Karten. Wenn Sie das machen würden? Natürlich. Prima. Ist doch klar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Dann gehen echt spät dran. Ah, ja, ich weiß. Das ist ja Verschluss hier. Macht das wahnsinnig. Hör mal, euer Telefon klingelt. Ja, ich weiß. Aber wir sind jetzt schon auf den letzten Brücken. Ja, ich mein... Wir lassen's leuten. Na, vorsichtig. Ich weiß nicht, du. Ich weiß nicht, du. Ich weiß nicht, du. Ey, alter Flachsteinwerfer. Ich dachte, du bist in der Hagenwerft. Ist irgendwas schiefgelaufen? Sag mal, hast du nicht Lust, mir zu helfen? Ich fange heute bei Bianca an, im Café zu basteln. Du siehst, ich habe eine Menge geladen. Du könntest mir beim Abladen helfen und so. Die Karre holen wir dann später ab. Wie sieht's aus? Du bist dabei? Ja. Ich liege die Röntmann. Möller, Hagenwerft. Sieh sein. Wir hatten heute einen Termin mit unserem Geschäftsführer, Herrn Niemeyer, wegen der Lehrstelle als Bootsbauer. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Herr Niemeyer sich bereits für ein... Ja, Woltmann hier. Guten Tag. Ich hätte gerne mit Herrn Brandt gesprochen, Jugendoffizier. Ja, Oberleutnant, Entschuldigung. Ja. Oberleutnant Brandt? Felix Woltmann hier. Sagen Sie, ich hätte jetzt schon Interesse, mich zu verpflichten. Ja, ja, genau, für den Navigationsdienst. So, morgen Vormittag gleich, ja. Ja, zum Gespräch, natürlich. Ja, gut, es geht aber, ist in Ordnung. Gut, wir sehen uns morgen. Tschüss. Wirklich? Ja. Es hört sich doch super an, ne? Oh, hallo. Hi. Hi. Frauentreff? Ich habe Hanna zu uns eingeladen. Ich habe dir das ja erzählt mit ihrem Mann. Oh, ja. Gibt's was zu essen? Mhm. Dauert aber noch ein bisschen. Ich habe die Leerstelle nicht bekommen. Oh nein. Ich gehe schon. Ist eine Arbeitskollege meiner Frau. Felix, jetzt geh doch mal schnell runter, bevor Bredersen hochkommt. Ich weiß überhaupt nicht, warum wir hier diskutieren. Du bist vielleicht lustig. Ich gehe runter. Du bist verrückt. Ja, nein. Dann gehen wir halt zusammen. Tanja. Dies hier ist mein Haus. Und ich war lange genug als Kapitän auf See, um zu merken, dass hier irgendwas nicht stimmt. Danke sehr, verheinfühlig Opa. Kann ich jetzt mal durch? Einen Moment, jetzt hören Sie mir mal gut zu. Lassen Sie mal Heldredersen, darum kümmern wir uns schon. Na endlich, ist meine Frau hier. Und selbst wenn? Ich warte jetzt fünf Minuten, dann ist sie unten, sonst... Was sonst? Sie kommen sich wohl sehr stark vor, hm? Jetzt hören wir mal gut zu, Mädels. Oh, wenn wir mal ganz cool bleiben. Wenn Sie mich nur mit dem kleinen Finger anrühren, dann passiert was. Kommen Sie doch her, wenn Sie was wollen. Kommen Sie! Richten Sie meiner Frau aus. Ich werde Ihrer Frau nichts ausrichten. Wir werden höchstens der Polizei was ausrichten. Darauf können Sie sich schon mal einstellen. So, und jetzt Abflug hier. Wie bitte? Schwerhörig. Was ist jetzt? Was? Was? Das werdet ihr noch schwer bereuen, ihr Scheißer. Arschloch. Komm, Felix. Oh, Herr Fredersen, ich glaube, das ist nicht notwendig. Was ist wirklich? Was denn? Die ist doch überhaupt nicht geladen. Die ist völlig verrostet. Aber das weiß der doch nicht. Aber ich glaube, er ist sowieso jetzt schon weg. Naja, ich gehe trotzdem mal hin. Wohl noch mal sehen. Wie lange geht das jetzt weiter hier mit der Hanna? Wir können Hanna doch nicht alleine lassen. Nein, das können wir nicht. Ich weiß, doch mal. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich könnte heulen. Ich könnte schreien. Mir steht das Wasser bis zum Hals, Tanja. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ja, das ist echt scheiße. Was machst du denn jetzt mit deinem Job? Du meinst mit denen, die ich nicht habe, ja? Ich weiß nicht. Erst mal zur Bundeswehr. Was bleibt mir alles übrig? Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Nee. Jetzt legst du dich erst mal ins Bett und ich gehe mit den beiden da oben eine Runde ins Kiep-Off. Dann hast du erst mal deine Ruhe. Okay. Und wenn ich nach Hause komme, dann kuschle ich mich zu dir ins Bett, ja? Seid ihr eigentlich glücklich, ihr zwei? Äh, ja. Ich denke schon, ja. Weißt du, manchmal tut man alles, um glücklich zu sein. Und da reicht genau das Gegenteil. Tja. Morgen. Ach, na endlich. Na, gut geschlafen? Ich glaube, wir müssen los. Ich bringe euch noch runter. Wieso? Na ja, vorsichtshalber. Vielleicht treibt sich der Typ ja noch da unten irgendwo rum. Okay, die Luft ist rein. Tschüss. Tschau. Tschau. Tschüss. Hey, aber sei trotzdem vorsichtig, ja? Ja. Also, bevor die mir kündigen, kündige ich. Sag mal, spinnst du? Weißt du eigentlich, wofür ich dich immer bewundert habe? Für deinen Kampfgeist. Ach. Ja, und außerdem beneide ich dich, um die Chance, mal so eine Lehre machen zu können. Du? Ja, ich. Noch nie so eine Chance gehabt. Werde ich auch nicht mehr kriegen, ne? Habe ich mir ja selber zu verdanken. Ich hätte nie gedacht, dass du Lust haben könntest, so einen Job zu machen. Sag mir mal zu. Du hast noch ein halbes Jahr, dann hast du die ganze Kacke hinter dir. Echt, wenn du das jetzt wegwirfst, dann... Dann versohl ich dir so dermaßen deinen süßen Knackarsch. Ja, Mama. Komm, tu uns den Gefallen und zieh das jetzt durch, ja? Ich finde einfach, es gibt Wichtigeres im Leben. Ja, guck sie dir doch an, diese ganzen Ulrikes, diese Köhlers. Ich... Ich möchte nicht so werden wie die. Aber ich habe das Gefühl, je länger ich dabei bin, je mehr ich mich darauf einlasse, desto mehr werde ich so. Guck doch mal, wie ich aussehe. Du hast doch schick. Ach. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo du diese ganzen Sachen an den Nagel hängst. Weiß nicht, deine Träume, deine Wünsche, deine Ideale. Und alles nur noch, weil der Job das Wichtigste ist, die Karriere. Ich will das nicht, oder? Hi. Hi. Wieso bist du nicht bei der Arbeit? Ich mache heute die Nachtschicht, habe getauscht. Und wie komme ich zu der Ehre? Was ist denn jetzt eigentlich? Machst du da weiter? Ja, ich denke schon. Gut. Und du? Ist das nicht ein bisschen komisch für dich, dass ich einen Job habe und du so... So ein Mistmacher? Naja, ist nicht so schlimm. Ich werde ja jetzt Kampftaucher und von daher... Was willst du werden? Kampftaucher? Hey, das war nur unser Herz. Nein, ich gehe zur Bundeswehr, aber wohin da und so... Ich gucke meinen Laden erst mal an. Ja, dann komm mal her, du Kampftaucher. Kannst du auch küssen? Naja, klar. Spezialgebiet. Zeig mal. Ich gucke mich. 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 Vielen Dank.